Friedrich AG Bischofszell für Mosaik, Keramik und Natursteinbeläge. Seit 35 Jahren gestalten wir Wände und Böden von Wohnungen, Wellnessanlagen und Industriegebäuden. Geschäftsführer Bruno Friedrich berät Sie gerne, er ist der Berufsweltmeister von 1997. Wir übernehmen alle Plattenbeläge bei Neubau, Umbau und Renovationen und wir machen Abbrüche, Maurer- und Verputzarbeiten sowie Fließmörtelunterlagsböden. Wir freuen uns auf Ihre Wünsche und Ideen und setzen sie sauber und termingerecht um. Friedrich AG Bischofszell, Ihr Spezialist für Mosaik, Keramik und Natursteinbeläge.